Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Land und wir sind im ersten Castle des gesamten Spiels. Ich hoffe, hier kriege ich auch 100%. Ich hätte nicht mal damit gerechnet, dass ich in den ersten drei Leveln 100% kriege. Okay, da hinten ist nichts. Wir müssen alles untersuchen, denn wir wollen 100%. Ah, ich muss nicht gegen schießen, okay? Gib her, Mensch. Danke. Zick. Gib her, danke. Zick. Und zick. Danke. I, was soll das? Du hättest umfallen müssen. Runterfallen. Gib, 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 dank. Geschenk. Wow, 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 wow. Uncool. Wär die uncool. Ich hab nur noch gelbe Eier. So wie dieser Jaschi. Huhuhu. Zick. Und da hoch. Was ist das neu? Schesse. Da hoch. Jabbat. Da gehen wir gleich hoch. Ich brauch euch. Kommt her. Hoffentlich verletze ich mich nicht zu sehen. Ja gut, noch mal eins ist weg. Nein. Jawohl, noch mal zwei. Blume. So. Jawohl. So, haben wir schon mal 16? Na, so. Pum. Nein. Zick. So. Hier können wir zurückrennen. Ich weiß nicht genau, ob es hier rote Münzen gibt oder so. Und ich weiß, dass ich hinten noch runterfallen kann. Nein. Egal. Jetzt rennen wir halt jetzt zurück. Das ist ja nicht. Also jetzt ist nicht so lang. Wir haben ja schon alles erledigt. Was es hier zu erledigen gab. So, weiter. Dann krieg ich einen kleinen Leck. Zack. Hier hoch. Okay, der kleine Leck wird groß. Da unten ist eine Blume. Ah, hier können wir. Okay. Ah, fuck. Das leckt. So. Jetzt besser. Und flop. Boom. So, hier hoch. Ah, ich brauch nicht. Zack. Ich mach mal eins. Das ist weg. Oh. 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 Zack. Weg. Und die nehmen wir auch noch mit. Gib her. Danke. Boom. So, das nehmen wir alles mit. Hier ist eine Wand. Und zurück. Das nehmen wir auch noch mit. So. Da unten sind rote Münzen. Und, ähm... Kaputt. So. Das hier auf jeden Fall. Hier haben wir 30. Eine rote Münze. Drei rote Münzen. So, nochmal drei rote Münzen. Wie viel haben wir? Sieben. Zwei Blumen und schon mal alle 30 Sterne. Zack. Und hier rein. Sehr schön. Weiter. Geh das jetzt. Zack. Und... Ah, nein. Nein. Fumse. Ah, okay. Da wären jetzt, ähm, normalerweise Sterne hier drin gewesen. Und. Bleib da stehen und mach das. Gut. Wow. Zack. Herzlichen Dank. Eine rote Münze. Ne, oder? Mehrere. Zwei, drei. Wow, wow, wow. Bleib mal cool. Zack. Zack. Ich will dich haben. Danke. Und hier hoch. Boah, war das knapp. Da hab ich mich doch glatt verdrückt. Oh, nein. Nein. Scheiße. Nochmal. Ja, nochmal von vorne. Toll. Ah, ne, wir haben hier, stimmt hier. Was haben wir jetzt? Okay, okay, okay. Wow, das war knapp. Boah, irgendwie hab ich grad ne unruhige Hand. Ganz ruhig. So. Sieben rote Münzen haben wir jetzt wieder. Das können wir auch wieder hier rein. Gut. Das ist gar nicht, wir sind gar nicht so weit zurückgekommen worden. Eigentlich kaum. Zack. Und Dankeschön. So. Der da oben. Ah ja. Dankeschön. So. Geh weg. So. Und jetzt nochmal hier. Die Blume. Und hier hoch. Jawohl, Blume. Danke. Ist da oben irgendwas? Nein. Mach mal wieder runter. Danke. So, Münzen. Eins. Geh weg. Äh. Zwei. Drei. Okay. Die hab ich alle. Ah, sehr schön. Die Chica. Nein, ich wollt nicht zu den Chicas. Oh Gott. Wo bin ich gelandet? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, Münzen. Dafür aber brennende Dings rumzieht. Oh mein Gott. Sind das viele Müssen. Sind das viele Müssen. Ein Leben. Ja, aber überleben können wir sowieso nicht gebrochen. Oh Gott. Ich darf mich nur nicht von den Triffen lassen. Geh weg. Oh du. Wieso werde ich mich immer wieder... Oh, 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 oh. Kleiner. Ich verstehe euer Muster nicht. Ja. Ach, muss ich vernünftigen. Nein. Was ist? Ich hab keine Ahnung warum. Ich kleiner und größer werde. Wie ihr es zumindest anstellt. Also, nach was ich dafür erfüllen muss. Egal. Ich rede zu viel. Rote Münze. Oh Gott, oh Gott. Da, der Gegner mit den größten Augenbrauen im Spiel. Habe ich alle Münzen? Ja, alle Münzen. Jetzt fehlt nur noch eine Blume. Okay. So. Das ist ganz offensichtlich. Clear. Dankeschön. Nimm das. Oh, oh, oh. Wow, wow, geh weg. Danke. Hier ist offen. Wir gehen ran. Ich fehlt mir noch eine Blume. Ich fehlt mir noch eine Blume. Wo ist die Blume? Ich lebe mir die Blume. Ich störe. Ich glaube die Blume ist da. Ah. Ah. Nein, nicht. Was hat gesagt? Ja, Yoshi frisst auch Menschen. Yoshi, Yoshi frisst alles. Yoshi. Das hört sich an wie Frankreuer. Ah, Blume. Ah, Blume. Ah, Blume. Ah, nein. Und hier kommt die letzte. Ich wusste es. Zack, komm. Danke. Jetzt haben wir auch alle davon. Jetzt dürfen wir uns nur nicht beim Entgegnerschutz getroffen. Aber jetzt glaube ich nicht so schwer. Aber diese Scheiße. Geh weg. Danke. So, was gibst du? Münzen. Juhu, Münzen, die wir unbedingt brauchen. Endgegnerschutz. Oh, mein Gegner. Meine Lieblingsmusik im gesamten Spiel. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und wir müssen ihn die Hose ausziehen. Oh, mein Gott. 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 sich alle so toll. Und sie fortzunehmen. Würde die Koopa jetzt sagen. 30, 20, 5. Juhu, 100%. So, damit hätten wir auch ein Level 400%. Oh, das wird ein Level da. Aber damit schwer 100% zu kriegen. Das wird wahrscheinlich etwas, das ich offscreen machen muss. Don't panic. Donut panic. Oh mein Goooood. I don't do it! War das knapp. Blume, Blume, Blume. Ich will diese Blume. Oh, scheiße. Nein! Nein! Ich dachte, das wird nicht toll. Ja, nochmal von vorne. Ja, danke. Donut panic. Ähm, ich hab nichts zum Schießen. Nein! Das wird noch beschissener, ohne etwas zu schießen. Oh, schisse. Nein. Runter, runter, runter. Runter, runter. Runter, runter. Runter, runter. Runter, runter. Und jetzt. Fahr runter, fahr runter, fahr runter. Jawohl. Nein, mein Tod. Fuck it. Dieses Level ist scheiße. Wieso stelle ich mich denn sonnen? Oh, weil sich der Bildschirm bewegt ist. No. So, was hast du eigentlich zu sagen? Da, 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 da. Es gibt gefährliche Donut-Plattformen, die nach einer gewissen Zeit den Halt verlieren und herunterfallen. Sei vorsichtig. Okay, ich bin vorsichtig. Be careful. Aber, jawohl, wir prächtig. Und hier rüber. So, ihr macht uns jetzt mal ein bisschen gechilltert. Vielleicht hier auch... Nee, die kann ich nicht wegschlappern. Nein! Yoshi! Komm, gib, gib, gib mir. Gib mir, danke. Und hier hoch. Donut-Plattform. Warum isst Yoshi sie nicht? Yoshi mag keine Donuts. Da, 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 da. Okay. Da war nichts Besonderes dabei. Aber da ist was Besonderes. Und zwar zwei Besondere Sachen. Oh mein Gott, und da ist ein...